Also der Entwurf der Regierung bringt eine Reihe von Änderungen, aber eigentlich wichtig und wirklich diskutiert wird eine Änderung, da gibt es nämlich Regeln zur höchst zulässigen Arbeitszeit, also es gibt die Normalarbeitszeit, das ist was jeder von uns in seinem Vertrag stehen hat, wie viele Stunden eigentlich am Tag da sein soll, in der Regel acht Stunden, die arbeitet und dann gibt es die höchst zulässige Arbeitszeit, das ist wenn zum Beispiel besonders viel zu tun ist in einem Unternehmen oder besonders viel anfängt in einem Industriebetrieb, in einer Werbeagentur, wo auch immer und bisher galt, dass eigentlich im Regelfall die maximale Arbeitszeit an einem Tag auf zehn Stunden ausgedehnt werden kann und diese zehn fällt jetzt im Antrag der Regierung und kommt da jetzt künftig eine zwölf hin, also künftig ist auch im Regelfall zwölf Stunden Arbeitstag unter bestimmten Voraussetzungen viel einfacher möglich als derzeit. Die Regierung hat ein wichtiges Argument und auch der Arbeitgeber, das ist ein zwölf Stunden Arbeitstag ermöglicht mehr Flexibilität, ermöglicht den Arbeitgebern einmal mehr Flexibilität und im Idealfall vielleicht sogar den Arbeitnehmer, das heißt wenn man sich so einteilt, es fällt zum Beispiel besonders viel Arbeit an, dann spricht doch einiges dafür, lasst uns das besonders schnell erledigen, lasst uns da rein arbeiten und danach kann man sich vielleicht, so die Theorie, die Freizeit auch wieder besser einteilen, mehr frei haben, das heißt es ermöglicht zum Beispiel Unternehmen, die Arbeitnehmer effektiv zu nutzen und wirklich dann zu bezahlen, also wirklich dann zu nutzen, wenn sie sie brauchen und in Ruhezeiten, wenn weniger zu tun ist, dass dann wiederum Urlaube, Gutstunden, Freizeit konsumiert wird. Das ist die Theorie, in der Praxis wirft das natürlich viele Probleme auf. Also ein Problem ist, es gibt viele Unternehmen, wo es einen Zwölf-Stunden-Tag gibt, zum Beispiel in der Industrie, wo sich das Arbeitnehmer und Arbeitgeber eben ausverhandelt haben, zu welchen Bedingungen, zu welchen Konditionen, denn da geben die Arbeitnehmer etwas her, sie sind bereit länger zu arbeiten. Diese Vereinbarungen, wo es gut ist für die Arbeitnehmer gibt, die werden jetzt eigentlich nicht mehr nötig sein, denn jetzt ist es gesetzlich schon erlaubt, die zwölf Stunden maximale Arbeitszeit auszunutzen. Das heißt, diese besonderen Vereinbarungen, wo die Arbeitnehmer sich etwas rauswandeln konnten, die wird es in vielen Fällen gar nicht mehr brauchen. Ein zweiter Streitpunkt, ein großer Streitpunkt betrifft die Gleitzeit und das ist ein sehr komplizierter Fall, aber im Endeffekt geht es darum, dass in der Gleitzeit die elfte und zwölfte Stunde bisher, zumindest in der Theorie, jedenfalls als zuschlagspflichtige Überstunden angefallen sind. Und wenn man jetzt auch zwölf Stunden gleiten kann, dann könnten diese Überstundenzuschläge wegfallen. Das heißt, die Arbeitnehmer verlieren auch Geld. Da sagt die Regierung, nein, das wird nicht so sein. Aber warum das nicht so sein sollte, das kann sie bisher nicht so richtig begründen.